Hallo, herzlich willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay, zurück beim Let's Play von Virtual Rides 2, der Final Chef Simulator. Ich bin zurück im nächsten Part und wie versprochen fahre ich heute das eine Teil, das muss da hinten sein irgendwo, ich glaube da hinten. Ich kann auch mal schnell hinlaufen und heute auch mit Schatten, seht ihr das? Endlich, ha, jo, es wurde auch Zeit und die Schatten laufen auch mit schön, sieht man auch cool, ne, sieht man cool, ne, sieht man schön. Ne, also endlich ist das Zeug hier mit Schatten versehen, was ihr auch gehört. So, jetzt fahren wir das Teil da. Bum, 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 jetzt stellen wir hier wieder die Zeit ein. Wir machen hier 14 Uhr, so, ich sehe auch viele Leute kommen. Gut, jetzt fahren wir das Teil da. Machen wir hier Kamera, zack. So, heute machen wir auch mit Lautsprecheransagen. Und zwar machen wir mal Bügel runter. Das zeige ich euch jetzt mal. Steuerung. Gut. Motoren. Bügel runter. So, das sieht man schön. Gehen schön die Bügel runter. Hydraulik. Jawohl, der Hub. Nach oben. Hm. Oh. So, schön nach oben. Das ist der Zirkus hier. Ah ja. Der geile Zirkus. So, Freigabe. Und jetzt geht's los. Der Arm. Huch, nicht so schnell. Ah, da kann man die Richtung bestimmen, okay. So, da geht's schon ab. So, die Lichter kann man hier auch mal. Ach, du Kacke. So, wenn ich jetzt die Taste Strich oder Punkt gedrückt halte, kann man hier auch Lautsprecher drücken. Jetzt hört mal genau hin. Hallo. Huh. Hallo. Hallo. Ah. Hahaha. Wer will hier einsteigen? Bitte einsteigen. Die Fahrt geht gleich rückwärts. Rückwärts. Ich bin der Thomas von World Gameplay. Wer will, kann mich abonnieren. Und zwar auf YouTube. So, und stoppen. Sehr geil. Sehr lustig. So, alles schön stoppen jetzt. Nichts mehr mit Freigabe. Hallo. Gibt es. So, ne. Genau. So. Jawoll. Okay. Parken. Parken wir mal das Ganze. Nochmal. Nein. Nein. Geil. Sehr cool. Mit Schallzucker. Okay. So, parken wir mal das Teil da. Uh, wie sich das alles bewegt hier. Gucken wir mal da unten. Gucken wir mal. Und da will jemand einsteigen. Hey, na du. Buh. So. Okay. Dann machen wir mal wieder hier raus. Den Hub. Runter. Genau. Langsam runtersetzen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier einsteigen. Genau. Steigen wir mal ein. Dann wird's cool. Dann wird's krass. So. Hydraulik. Was? Ne. Bügel hoch. Genau. Und einsteigen. Bitte einsteigen. Die Fahrt geht los hier. Jawohl. Steigt schon einer ein hier. Oh. Gut. Okay. Dann machen wir mal so. Setzen wir uns mal mit rein. Genau. So sitzen wir jetzt mit drin. Wir fahren jetzt einmal mit. So. So. Bügel runter. Watcha. Huhuhu. So. Nach oben. Dann machen wir mal Musik an. Machen wir mal die da. Machen wir mal nach oben. Machen wir mal. So. Schön nach oben. Dö. 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 Bisschen leise hier. Dö. 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 Freigabe. Erstmal ein bisschen drehen. Genau. So. dann können wir mal ganz langsam den Arm ne, warte mal das Kreuz ist das, ne? ne, 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 ne Arm so, ja erstmal langsam, genau oh Gott, oh Gott ach du scheiße oh pff so erst einmal so wir fahren heute mal im Helm das ist aber ganz interessant zu sehen ach du Kacke oh Gott jetzt ist es schon schlecht so jetzt werden wir ein wenig schneller party um Gottes Willen jetzt geben wir Power Power gibt es hier Nebel? ne gibt kein Nebel gut, dann machen wir jetzt noch das Kreuz dazu soll es hier auch noch drehen so, jawoll uhuhu ach du Kacke oh man ey oh wow 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 geht was runter? ah, da geht auch das Schall na, mir gefällt es euch cool also wenn man hier das Mikrofon eindrückt dann wird auch die Musik gleich leiser geil um Gottes Willen um Gottes Willen wird es jetzt schon schlecht also so sieht es von außen aus hoho ist ja Hammer gibt es bei uns auch oh, nächste Kamera mal von unten schaut das aus ah, das ist die Verfolgerkamera da sieht man auch, dass da jemand drin hockt cool wieder rumgeschleudert von mir kann ich jetzt eine halbe Stunde lang so weitermachen okay so, jetzt habt ihr auch mal das Mikrofon gehört jetzt machen wir mal Schluss hier jetzt jetzt fahren wir mal das Ding im Dunkeln mit Lichtern dafür gehen wir jetzt wieder rein so schalten wir da ganz langsam aus die Kreuze ganz langsam ähm oh genau jetzt überstürzen hier boah, Alter ich bin schon jetzt echt gleich schlecht, wenn ich da noch mal gucke ich komme gleich die Schnitzel hoch so, den Arm auch mal wieder langsam hier ausruhen so gut dann machen wir mal hier parken parken wir mal das Ding ganz in Ruhe also wenn ich parken drücke dann geht er automatisch in die Ausgangsposition zurück wo man dann aussteigen kann da brauchen wir nichts weiter drücken aber wenn ich das schon sehe werde ich schon wieder aufs Neugriff he hab ich schon wieder Bock durchzulaufen hier so äh Freigabe weg damit auch raus jetzt senkt er sich und dann machen wir die Bügel auf hier im Sitzen in der Kontel und dann dann es ist wenn ich nicht dann das ist komisch Okay Und die Bügel hoch Zack Jawohl Okay Dann machen wir wieder Kamera Die Kabine zurück Und dann steigt er aus Und da wartet schon der nächste Kandidat So, dann machen wir mal hier Ähm, dunkel Und zwar machen wir mal Ja 22 Uhr Ja Machen wir klaren Himmel Auch gleich Wind machen wir ganz weg Brauchen wir nicht Okay Gut Dann machen wir mal Lichter an Machen wir die Rückwand an Die Kasse Gonzo Mast Vom Arm noch Wuuh Och du Scheiße Was ist das? Moving Head? Achso, das Okay Ach, das sieht geil aus Ah Halleluja Oh Oh, wie sieht das alles? Geil Oh Bam, 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 bam Da kann man auch noch ein Stoposkop machen. Okay. Da kann man auch noch das andere anmachen. Und zwar Moving Head. Ja, wir wollen hier Power haben. Wie sonst was. Genau. Wenn wir schon Eis wollen, dann wollen wir alles. Okay. Scheinwerfer, machen wir mal. Äh. Ja. Au. Ey, geil. Das ist ja Hammer. Geil. So will ich es haben. Genauso. Das ist Party pur. So. Schein mal. So, meine Freunde. So, meine Fre... Hallo. Huh. Äh, hallo. Ich bin hier... Bügel runter. So. So, meine... Hallo. Der will kein Mikro mehr. So, dann gehen wir nach oben. Also auf jeden Fall habt ihr jetzt mal das Mikrofon gehört. Das geht jetzt dann auch. Schon mal gut. So. Erst mal nach oben. So. Jetzt, oder? Ja, jetzt. Jetzt kann er schon mal den Arm drehen. Jetzt machen wir mal in die andere Richtung. Und dann die Kreuze in die andere Richtung So, machen wir ganz langsam jetzt erstmal Ganz langsam Cool Ganz langsam erst So Ich werde erstmal Party machen hier Oh Gott So, ein bisschen schneller jetzt So, meine Damen und Herren Jetzt geht's los Das gefällt mir voll mit dem Mikro Kann man voll den Quatsch rein sagen So Schneller So, jetzt in die andere Richtung Und los geht's Oh Gott Oh Gott Hammer Hammer So, was geht hier noch? Andere Musik, oder? Machen wir mal das da Jawoll Huhuhu Moving Head, Scheinwerfer Machen wir mal anderes Licht Machen wir mal das da Licht So Gehen wir da oben wieder hin Okay Jetzt gehen wir mal andere Seite Gut Hammer Hammer Jetzt gehen wir mal in die Kabine zurück Boah Alter Also möchte ich überhaupt nicht drin hocken In echt Also das Blitzen fällt mir am allerbesten Und der Nebel Ja Ja Kann man richtig Dysko machen Okay Dann parken wir jetzt wieder Das reicht wieder fürs Erste So Wenn ich jetzt gleich parken drücke Was dann? Ah ja Ah okay Dann macht er gleich das Parken Ah okay Machen wir den Skolz auch wieder zurück So Aber gut Das war jetzt ein wenig heftig gerade Alles klar Dann lösen wir mal den Fahrgast Okay Hub runter Dann machen wir das Ding runter hier Boah Alter Das bewegt sich voll alles Sind ja trotzdem noch die Schatten Ja Im Duckel nicht ne Komisch Aber im Hellen Zum Glück So Ist es jetzt unten oder nicht? Ah ist unten Okay Bügel hoch Okay Gibt es ja keine Bremse oder so? Gibt es denn da Bremsen? Bremse Bremse Bremsen Ne gibt es gar nicht Okay Gut Dann gehen wir jetzt mal zurück zum Park Und dann zeige ich euch mal Was wir beim nächsten Mal fahren Und beim nächsten Mal fahren wir Geht es noch lang Ist dahinter? Schauen wir mal ob es dahinter geht Gucken wir mal Oh ja Beim nächsten Mal fahren wir das da Und zwar den Rotor Mit den Armen hier Ha Jetzt bin ich mal in echt gefahren Erst das letzte Mal dann Und zwar dieses Teil hier Das fahren wir dann Den Rotor Ne den Rotator heißt das Ding Ach du Kacke Ist ein hängendes Dreck Breakdance oder was? Okay Dann fahren wir das beim nächsten Mal Und dann sehen wir uns Im nächsten Part wieder Und zwar nächste Woche Donnerstag Ne Warte mal Nächste Woche Warum bin ich fertig? Ähm Nächste Woche Donnerstag Oder Freitag Ich weiß nicht mehr Guckt einfach auf den Uploadplan Wann der nächste Part kommt Von Virtual Vites 2 Also bis zum nächsten Mal Und wenn es euch gefallen hat Macht einen Daumen hoch Und ein Abo freut mich auch Bis dann Tschüss